Der Kreis der Älteren, Orschelhagen e.V. hatte am heutigen Freitag zum großen Osterflohmarkt eingeladen. Neben vielerlei Osterdekorationen für Haus und Garten gab es auch noch allerhand für den Haushalt zu entdecken. Falls Ihnen noch die passende Deko für die Feiertage oder ein kreatives Geschenk fehlen sollte, haben Sie morgen noch einmal die Möglichkeit, hier im Haus der Begegnung am Berliner Ring 3 in Orschelhagen zu stöbern und einzukaufen. Der Osterflohmarkt öffnet seine Türen am Samstag von 8.30 Uhr bis 13 Uhr.